Hallihallo! Wir haben was ganz Neues am Start und zwar hat Overwatch jetzt endlich das Archive-Event rausgebracht für 2021. Und es gibt natürlich wieder wundervolle neue Sachen und die schauen wir uns jetzt einfach mal an und gehen direkt mal zu den neuen Extras. Und zwar gibt es wieder diese wöchentlichen Herausforderungen und angefangen gibt es dabei einen Lucio-Skin im, ich sag mal, Rocker-Style oder Biker-Style mit schön ein paar Flammen und allem. Die Waffe hat sogar auch einen sehr netten kleinen Totenkopf drin. Dann die Woche 2 gibt es einen Mercy-Skin im Fleck-Tarn-Style mit einem schwarzhaarigen Bob. Ich muss sagen, da finde ich sieht das Gold sehr interessant aus. Goldolive und Anthrazit sind ja eh meine Farben. Von dem her bin ich da sehr begeistert von dem Skin, den will ich auf jeden Fall haben. Woche 3 haben wir Senyata mit einem subaquatischen Skin. Sieht sehr, sehr cool aus mit dem Bullauge, das hat wirklich sehr Style. Die Kugeln finde ich auch passend natürlich zum Kopfteil, sehr gut gemacht. Dann haben wir einen legendären Genji-Skin, der immer erhältlich ist. Ich muss sagen, das sieht sehr cool aus. Es ist so richtig Samurai-mäßig und ich bin sehr, sehr begeistert. Es sieht wirklich wahnsinnig cool aus. Diese ganzen Details mit den Nähten und allem. Ich muss sagen, der sieht wirklich cool aus und vor allen Dingen das Schwert. Guckt euch mal den Drachen an. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, ob, wenn er zum Beispiel seine ultimative Fähigkeit benutzt, ob der Drache dann ein bisschen anders aussieht oder ob das Schwert vielleicht auch anders reagiert. Da bin ich mal gespannt, wenn ich den freigeschalten habe, wie der dann aussieht. Die Shuriken sehen auch ganz nett aus. Sie haben immer noch auch so einen leichten Gold-Effekt drin, aber immer noch diesen Grünton und das sieht sehr, sehr krass aus. Das sieht sehr genial aus. Dann haben wir einen Soldier-legendären Skin. Soldier 1776. Sehr cool gemacht. Hat was von Bürgerkrieg-Style. Und sogar die Waffe ist richtig schön mit ein paar richtig klasse kleinen Details versehen. Wirklich wunderschön gemacht. Dann haben wir die Tracer. Ähnlicher Stil. Finde ich auch interessant, dass sie das so gemacht haben. Vor allen Dingen, dass er Cavallery heißt. Sehr cool. Und ich muss sagen, das steht ihr sehr gut. Ich finde die Hose ziemlich cool gemacht. Diese Puffy-Hose. Und die Leggings sehen auch ziemlich cool aus. Die Waffe hat auch Style. Momentan haben sie richtig schöne Details in den ganzen Skins drin. Da kann man wirklich sagen, das sieht wunderschön aus. Die Widowmaker ist auch ein bisschen in dem Stil. Das ist jetzt eher so Musketier-Skin. Aber alles doch so ein bisschen auf altertümlich gemacht. Das ist sehr interessant. Und die Waffe ganz genauso auch sehr schön. Es ist fast, als hätten sie es ein ganzes Set gemacht. Also wirklich wunderschön gemacht. Dann der interessante Teil. Ich dachte erst, dass es wahrscheinlich ein Saiya-Wikinger-Skin ist. Aber dieser Skin ist angelehnt an eine russische Kriegerin. Das heißt, sie haben da eine Hommage an diese Kriegerin gemacht. Und das finde ich auch sehr cool. Dass sie tatsächlich auch echte Referenzen für ihre Skins nehmen. Könnt ihr euch mal im Netz angucken. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob der Name richtig ist. Ich habe da mit einem Freund schon diskutiert. Aber auf jeden Fall soll es eine Hommage an diese Kriegerin sein. Dann kommen wir zu den Emotes. Und zwar hat Bastion einen Emote bekommen, in dem er seinen Vogel füttert. Und zwar im Endlos-Modus. Also, ihr werdet es gleich sehen. Es fängt immer wieder von vorne an. Und es ist einfach so putzig. Das ist wirklich der Wahnsinn. Dann haben wir hier McCree. Wirklich genial, wie er da nachlädt. Und der ist so genial. Ich zeige es euch gleich noch von der anderen Seite. Weil man kann das mit den Waffen eventuell nicht so ganz sehen. So, jetzt müsst ihr mal auf die Größe der Waffen gucken. Nur zufrieden mit dem Größten. Und dann kommen wir zu den Siegerposen. Einmal haben wir Baptiste. Sieht sehr cool aus. Richtig herausfordernd. Dann haben wir Doomfist mit seinem Polieren seiner Hand. Und dann haben wir noch Echo, die wohl McCree ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und ich muss sagen, das ist denen sehr gut gelungen. Die Pose ist genial. Weil ich glaube, das ist nämlich auf seine Siegerpose angelehnt, die er da hat. Fand ich mir ja genial gemacht. Und vor allen Dingen steht auf dem Holograph-Gürtel Echo drauf. Erinnerst du dich an mich? So, und dann kommen wir natürlich auch schon zu den Sprüchen. Erinnerst du dich an mich? Ich bin Profi. Es gibt keinen Ausschalter. Habt ihr was dagegen, wenn ich das aufnehme? Ich hab eure Regeln satt! Hör auf meinen Rat. Steh nicht wieder auf. Das ist meine Meinung als Expertin. Ich kann jetzt Ihre Aussage aufnehmen. Tod von oben. Schilde hoch! Die Berechnungen hätten korrekt sein müssen. Die Nacht birgt viele Überraschungen. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. So, und jetzt kommen wir auch schon zu den Sprays. Einmal für Echo versprechen. Es ist wahrscheinlich einer der letzten, äh, ich sag mal Auftritte von Dr. Liao. Dann haben wir hier passend zum Genji-Skin natürlich den Spray dazu. Auch zum Lusou-Skin einen sehr coolen Spray. Den Spray finde ich sehr, sehr schön gemacht. Vor allen Dingen, weil das mal eine andere Art ist von der Belichtung her. Also finde ich sehr interessant, wie da mit Licht und Schatten gearbeitet wurde. Für Soldier darf der natürlich auch nicht fehlen. Tracer hat natürlich auch einen ziemlich coolen. Widow als Muskeltier darf auch nicht fehlen. Und dann haben wir natürlich noch den Zaya-Spray. Gefolgt von Zenyatta Subnautica. Anscheinend soll das ja irgendwie unter Wasser sein. Also das sind Fische, falls ihr euch wundert. Und dann kommen wir schon zu den Erfolg-Sprays von den Challenge-Modes, die dann von dem Archive-Event aktiv sind. Und zwar ist das der Spray für den Erfolg Mitleidsbonus. Ich werde nachher nochmal kurz die Challenge-Modes durchgehen, damit ihr wisst, was ihr da zu tun habt. Dann für den Erfolg Gewitter. Für den Erfolg kugelsichere Barrieren. Und jetzt kommen wir schon zu den Season-Sprays. Einmal Top 500 für Season 28. Nur Teilnehmer für Season 28. Und jetzt kommt noch was Neues. Und zwar 6 gegen 6 Eliminierung. Das ist jetzt nur aktiv, solange das Archive-Event läuft. Und dann haben wir natürlich noch den Teilnehmer für 6 gegen 6 Eliminierung. Und das war's von den ganzen Kosmetiks. Und jetzt zeige ich euch noch die Challenge-Modes. So, und zwar haben wir hier eine neue Ansicht. So, und zwar haben wir jetzt hier eine neue Ansicht. Ihr könnt natürlich ganz normal, wie gewohnt auch hier, die normalen Missionen durchgehen. Einmal im Story-Modus und einmal ganz normal mit allen Helden. Oder ihr könnt hier in die Herausforderungsmissionen gehen. Und zwar haben sie es jetzt hier angeordnet. Einmal die von den vorherigen Jahren. Und die neuesten sind jetzt hier unten. Also insgesamt haben wir wieder hier geschmolzene Kerne, dass Feinde Lava hervorrufen, sobald sie sterben. Die Glaskanone. Das heißt, Spieler haben weniger Trefferpunkte, verursachen aber dafür wesentlich mehr Schaden. Das ist einer meiner Lieblings-Modes. Und neu dazugekommen sind kugelsichere Barrieren. Das heißt, wenn die Eradicator auftauchen, diese Schilde, die sie haben, die sind unzerstörbar. Das heißt, ihr müsst dann immer gucken, dass ihr hinter denen dann Schaden macht. Als nächstes haben wir von Vergeltung den Präzisionsschlag, dass nur kritische Treffer Schaden verursachen. Das heißt, da sind auch nicht alle Helden verfügbar. Auge in Auge. Und zwar müsst ihr immer in der Nähe stehen von den Gegnern, die ihr töten wollt. Und ganz neu dazugekommen ist der Mitleidsbonus. Gegner werden geheilt von anderen Gegnern, die getötet werden. Das heißt, ihr müsst dann aufpassen, dass ihr schön immer sozusagen Shotcaller macht beziehungsweise immer sagt, welche Targets ihr zuerst killen wollt, weil die anderen einfach viel zu schnell hochgeheilt werden. Dann haben wir von Overwatch Sturmzeichen den aufgehenden Blutmond. Nur Schadenshelden. Also das heißt, da gibt es keine Tanks, es gibt keine Heiler. Dafür verursacht euer Schaden Heilung. Dann der tobende Sturm. Manche Gegner werden wütend. Und wenn sie sterben, verbreitet sich diese Wut. Das heißt, ihr müsst aufpassen, wen ihr zuerst tötet, weil das sich wie ein Lauffeuer einfach direkt ausbreitet. Und als Neues dazugekommen in diesem Jahr ist Gewitter. Dass ihr, wenn ihr zu nah bei den Gegnern steht, auch Flächenschaden sozusagen bekommt. Also ihr müsst aufpassen, dass ihr am besten auf Range spielt. Sehr gut dafür sind natürlich alle Scharfschützen und Co. Weil ihr halt einfach ein bisschen mehr Abstand gewinnt. Und das sind auch dann schon alle neuen Challenge-Modes, die es gibt. Und ich wünsche euch in dem Fall viel Spaß und Happy Archive! Und dann... Und dann... Untertitelung des ZDF, 2020